Mädchen, ich tu dir nichts. Ach, ich dachte schon, du seist einer von diesen fürchterlichen Scherben. Aber du bist ja nur ein Herumtreiber. Ja, ich leite tatsächlich diese Schmiede. Und nein, ich leiste sonst keine Dienste. Auch nicht in schweren Zeiten. Ja, die schweren Zeiten sind hier bei den Vorspielern in Rissen 3. Und während wir kurz einen Break gemacht haben, ging automatisch dieser Dialog los. Ja, sie ist auf einmal aufgewacht, die Frau. Der Jules hat die ja in der Folge vorher zusammengeschlagen. Weil ich ihr Tagebuch geklaut habe, aber... Da müssen wir gleich mal reingucken. Also, entspann dich. Du bist völlig überdreht. Ist doch auch kein Wunder. Keiner traut mir zu, dass ich die Schmiede alleine betreiben kann. Und? Stimmt das? Seitdem Wilson diese Halunke mich hier zurückgelassen hat, läuft hier gar nichts mehr. Unsere Hafenstadt wird überarmt. Niemand kommt uns zu Hilfe. Und dann soll ich mich auch noch um diesen Lehrling Hansel kümmern. Das ist einfach zu viel für mich. Pansl. Das ist der Name. Wieso ist Wilson weggegangen? Tch, das wüsste ich auch zu gern. Wie kann er nur irgendetwas mir vorziehen? Haut einfach ab nach Kalador. Zu diesen verfluchten Dämonenjägern. Dieser Wilson, der ist doch hier auf dem... Das ist ein Handball. Ja genau, auf dem Boot von Tom Hanks ist er da. Und der findet den da am Strand. Ja, aber der geht ja im Meer verloren. Also wissen wir jetzt, was mit Wilson passiert ist. Ja. Der ist in Kalador noch zu den Dämonenjägern gegangen. Nee, nee. Nein, danach ist er halt im Meer verschwunden. Weil der ist halt auf der Insel gewesen, weißt du. Da ist er angekommen, wo Tom Hanks war. Hat sich halt als... Hat sich als Handball verkleidet? Als Volleyball ist das. Oder Volleyball, ja. Ja, ja, und es ist dann später im Meer abgesoffen. Ja, so ist das nochmal. Wilson ist dein Mann? Wilson ist dein Mann? Ja. Er ist hier der Schmied. Ich? Der Schmied? Tja. Wo die Liebe hinfällt. Hör mal. Du bist doch ein Seefahrer, oder? Kannst du meinem Kerl eine Nachricht überbringen? Heutzutage ist es schwer, für so persönliche Nachrichten einen geeigneten Boten zu finden. Ich wüsste zu gern, wie es meinem Wilson geht. Ich kann mich dran erinnern. Ich glaube, im Rissen 2 musste man für diesen Wilson eine Frau finden, weil er so abartig war. Ja. Irgendwie so war das. Ich weiß aber nicht mehr, ob man da dem die Nutte hingeschickt hat, oder irgendwas. Oder ob man sogar sie da hingeschickt hat. Ich weiß es nicht mehr. Wegen Wilson. Was willst du denn fragen? Ja, das. Was bekomme ich, wenn ich dann eine Nachricht überbringen? Wie wäre es mit einem Kuss? Das lassen wir lieber. Ha! Du weißt nicht, was dir entgeht. Daneben 200 Goldstücke. Dafür kriege ich ein ganzes Maul voll Küsse. Für 200 Gold? Ja. Ganzes Maul voll. Sie bekommt ein Maul voll. Wo genau auf Kalador könnte Wilson sich aufhalten? Ich denke, du siehst dich dort am besten mal nach einer Schmiede um. Dort könnte er sein. Wäre ich nie drauf gekommen. Stell mir jetzt halt vor, wie dieser scheiß Wall-E-Ball mit diesem blutverschmierten Handabdruck da jetzt irgendwie so einen Schmiede haben wir ständig. Ja, macht er ja auch. Das ist so gut. Ach mir die Nachricht. Bringe sie zu Wilson. Aber dass du sie mir ja nicht knickst. Nein, und essen werde ich sie auch nicht. Jetzt gib schon. Hier hast du sie. Gute Reise. Bon Voyage. Kannst du mir was verkaufen? Gerne. Allerdings erst, wenn Pansl wieder an der Schmiede steht. Und das kann er nicht, solange wir von diesen Drecksviechern belagert werden. Pansl arbeitet wieder. Das freut mich zu hören. Wenn du willst, kannst du nun einen Blick auf die Waren werfen. Er hat während wir hier geredet haben sehr viel schwerer geschmiedet. Ja, hat er doch. Das hat er... Oh, guck mal hier, Bolzen kannst du kaufen. Machete. Haumesser. Machete. Machete. 15 bis 25, na ja. Da brauchst du ein Messer für... Guck mal, eine Machete brauchst du. Machete. Messe. Und Chromsäbel. 15... Oh, Spalter. Das sieht doch gut aus. Chromsäbel, Eisenerz, Meißel, na man nicht. Aber Bolzen wollen wir jetzt... Ja, Bolzen, scheiß drauf. Wir haben die Kohlen. Zeig mir deine Kohlen. So, warte mal, was hast du noch? Fechtschwert? Ja, scheiße sonst alles. Ah, okay, also was wäre gut? Chromsäbel, kaufen doch. Hab ich schon. Was? Nee, warum? Das ist doch besser. Nein, das ist nicht besser als unser... Chromsäbel? Ja. Bis 15 bis 50. Ja, aber 15. Wir haben ja... Hansel, 10 Goldstücke. Verkaufs mal, der Frau. Vielleicht findet er das dann nicht so geil. Äh, wo ist denn jetzt unsere... Unsere Waffe? Ausrüstung. Hast du das verkauft irgendwie aus Versehen? Nee, also angelegt. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's... Nee, das hat gar nicht passiert. Also... Ich akzeptiere mal den Handel. 15 bis 50, gell? Und wir haben 25 bis 30. Ja. Das ist besser, gell? Ja. 20 nach oben. Wir können den noch als Hauer dann machen. Und minimal 10 wieder. 5 bis 5. Ja, dann verkaufe ich jetzt auch nochmal die Pistole und so. Ja, 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 ja. Also das ist alles wieder für... Aha. Verkaufen. Verkaufen. Scheiß Pistole, ey. Dann brauchst du es viel besser und sexier. Und das verkaufen wir dann. Ja, 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 ja. Und jetzt müssen wir mal gucken, was brauchst du jetzt zum Upgrade? Ein Meisel und noch zwei Erzbrocken, glaube ich, war das. Ja, wir haben... Also Erzbrocken haben wir ja so ein paar, ne? Also im Krummsel haben wir jetzt zwei Eisenerz. Zwei Eisenerz und Meisel. Na gut, das ist, wenn man dann irgendwo auftreiben kann. Wir haben sicher auch schon Meisel für irgendwann mal gehabt. Ja, haben wir heute verkauft. Ja, das versuchen wir dann auch. Linke Hand, Armbrust. Ja, schön. Ja. Oh, guck mal hier. Das ist eine ganz geile Sache. Guck mal hier. Guck mal, der Säbel wieder aus. Ja, das ist ein Krummer. Sieht saugut aus. Das ist halt eine Heapwaffe. Was ist denn hier los? Da stehen ganz viele Leute im Raum. Ja. Mein Gott. Oh, schade. Ja, das wäre jetzt nicht so eine gute Idee, glaube ich. Ja, das wäre jetzt auch... Ein Pansl. Pansl. Der Name ist Kantios. Ja, ja, ja. Pansl. Ich bin der Pansl. Der Pansl. Ich bin... Als ob das ein Titel wäre. Ein Pansl. Ja. Das suche ich so. F5 ist mal schon. Ja, hast du mal GF5, ey. Okay, also, jetzt müssen wir mal ein bisschen... Also, Lehrer... Ach, ist ja cool. Guck mal. Waffenhändler, Schmiedebedarf. Ramon. Also, Logbuch. Wie war das? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Weißt du, was ich heute esse? Antik, wo hast du immer? Ah, nee, was denn? Ähm, so asiatisches Wokgemüse, sag ich jetzt mal so. Ja. In Blätterteig. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also, Frühlingsrolle. Quasi, ja, habe es selbst gemaket. Ja. Ja, muss ich mal gucken, wie das so geht. Ich bin ja eh total Fan von so China-Sachen. Ja, ja, du hast auch so eine Aura. Ja, gell. Ich würde sagen, du gehst einfach mal so richtig schön da oben in das komische, verwischte Gebiet rein. Meinst du? Ja. Gehen wir einfach mal hoch. Ich wollte eigentlich jetzt die Queste machen mit dem Schmied, das mal so vorankommt. Hä? Der ist doch auf einem ganz anderen Land. Ja, ja, deswegen, ja. Na. Geht zum Schiff und dann fahren wir rein. Blödsinn. Gehst du jetzt mal schön da hoch? Da gucken wir mal, was da abgeht. Ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt und alles. Alles. Und, nee, 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 genau. Ja, übrigens, es gab auch eine neue Kritik im Gothic, World of Gothic Forum, wo wir ja unseren... Oh, da habe ich ja ganz vergessen reinzugucken. Ja. Was gab es denn für einen? War der erste Griffen? Oder erzählt? Also es wurde sehr häufig gesagt, also ich meine World of Gothic, wir haben ja eine Dokumentation gemacht über Gothic und da sind halt in World of Gothic Forum sind halt Leute, die das Spiel in- und auswendig kennen, aber extremst. Mehr als du. Und viele oder einer, der jetzt der letzte war, hat er jetzt geschrieben, man merkt halt, dass wir das vielleicht noch nicht so oft gespielt haben, weil es gibt so das eine oder andere Fehlerchen, was wir so erzählen. Oh. Aber, es wäre trotzdem cool, also es wäre gut und es gibt halt so das eine oder andere Fehlerchen und man merkt es auch. Gravierend? Nö, das hat er jedenfalls nicht geschrieben, ne? Okay. Ja gut, wie du die Urizyl oder was aussprichst, das war auch falsch, das war also nur, das war, habe ich mitgebracht. Das, das war mit, ne, ähm, doch, doch. Vor allem der Lustigste, das Lustigste war ja einer, der das irgendwie kritisiert hat mit dem Urizyl, hat Urizyl falsch geschrieben. Äh? Ja. Gut. Hey, dieser Fleckenerde hier gehört mir, also glaub ja nicht, dass ich ihn hergehe. Das kannst du auch gerne deinen Freunden in der Hafenstadt sagen. Gut, mach ich. Wem? Was für Freunde? Hast du nicht zu Spencers Schlägern? Nein. Haha, Schwein gehabt. Hätte ich schwören können, dass du einer seiner Geldeintreiber bist. Seist du, Spencer? Wie mich gibt es hier einfach keine Zukunft. Warum bist du nicht in der Hafenstadt? Ich bin ja schon dort gewesen. Hab sogar diesem alten Fettmann Spencer meine letzten Goldstücke in den Rachen geschmissen. Hab ich nicht gesehen, ne? Warum willst du mal ein paar Flaschen rum anschreiben lassen, wirst du vor die Tür gesetzt? Scheiß Leben, sag ich dir. Ja, das ist auch ein Scheiß Leben, ne? Hau doch ab, wenn es dir nicht passt. Ja, soll ich mir ein Floß aus den Rippen schneiden, oder was? Der Kahn, mit dem ich angekommen bin, ist längst weitergezogen. Hätte ich wenigstens mein altes Zeug, dann könnte ich einen Neuanfang wagen. Also normalerweise mit diesen ganzen Höllenhunden müsste man alle, die da irgendwo rumspringen in der Nähe, müsste man alle zusammentrommeln und die Höllenhunde versuchen zu vertreiben. Das war ja, die sind ja, mit zwei Mann sind die ja überhaupt kein Problem, ne? Was ist mit deinem Zeug? Naja, im Teil habe ich versetzt, um an Gold zu kommen. Was bleibt einem sonst auch übrig, wenn dir die Kohle fehlt? Der Rest ist in den Händen dieser Halsabschneider. Ich muss es irgendwie zurückkriegen. Wem hast du deinen Krampel überlassen? An die Fressen erinnere ich mich noch genau. Warte mal, meine guten Klamotten habe ich für ein paar Goldstücke beim Lagermeister Flynn versetzt. Er hat das Zeug sicher gut verschnürt im Lagerhaus umliegen. Und der Wirt Spencer trägt meinen Goldbeutel am Hosenbund. Aber ich will verdammt sein, wenn er ihn behält. Der Beutel war ein Geschenk meiner Mutter. Außerdem hat einer seiner Schläger mir meinen Degen abgenommen. Das gute Stück verrostet jetzt sicher in irgendeiner staubigen Ecke. Klar, dann gucken wir mal. Was? Wirklich? Warum würdest du das tun? Ich habe nichts von umsonst gesagt. Bring mir mein Zeug und ich schau mal, was ich abdrücken kann. Diesen Degen. Kann man jetzt für den Spencer arbeiten, kriegen dafür mehr Geld. Aber wenn man für ihn arbeitet, kriegt man vielleicht einen geilen Degen oder so einen Scheiß. Oder die Diebes-Skills oder was? Ja, warum auch immer. Ich habe den Spencer noch nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der ist. Wo ist denn das Schwerzhaus? War auch hier in der Straße? Weiter vorne da, wo die Laternen sind. Hier links rein? Nee. Hier vorne nach links. Das hier? Ja, das müsste das gewesen sein. Ah ja. Weißt du? Weiß ich noch. Pirat. Edward. Pirat. Mac. Meinst du die Insel oder die Stadt? Beides. Okay. So. Wie runtergekommen du bist? Hey du alter Haudegen. Lässt du dich auch endlich mal hier blicken? Die ganze Stadt geht vor die Hunde und du tingelst in der Weltgeschichte herum. Admiral Alvarez will dich sprechen. Ja, ja. Da war ich schon. Erzähl mir mal lieber, was in deiner Kneipe so los ist. Ach, ein paar herumhängende Geigen hier, ein paar versoffene Schweine da. Alles wie immer. Ach ja? Natürlich nicht. Guck doch mal nach draußen. Die Hölle bricht über uns herein, Mann. Klingt ja fast beruhigend. Ist alles kaputt. So. Hast du vor kurzem einen Pirat vor die Tür gesetzt? Du redest doch nicht etwa von diesem Schlucker Griffith. Der Hund wollte sich auf meine Kosten betrinken. Hat seinen Goldbeutel mit ein paar Steinen beschwert? Ich dachte, mir fällt's nicht auf. Aber sag mal Junge, warum interessiert dich das? Was soll ich machen? Ja, das untere. Ich soll ihm seinen Goldbeutel bringen. Wenn der Lubs seinen Beutel wiederhaben will, kann er sich das von der Backe putzen. Da war sowieso nichts von Wert drin. Dann kannst du ihn mir ja gehen. Nein. Wenn ich das tue, wirst du mich dafür bezahlen müssen. Ich will das aber nicht. Ich will dem Kerl ja keinen Gefallen tun. Was haben wir denn da? Wegen Griffiths Goldbeutel. Wie viel will er denn? 150? Ne. Nein? Warum? 150 Goldstücke wie so'n scheiß Goldbeutel. Ich glaub's hackt ey. Wir haben 4400 Gold. Ja und? Es geht ums Prinzip. Nein! Du hast nicht hingeguckt. Wenn du den Beutel einen Haufen Gold locker macht. Aber gut. Wie hast du das Ding? Mann! Ich wollte gerade ausholen zu einer Hass-Tirade. 150 Goldstücke wie so'n scheiß Goldbeutel ey. Du musst zu trinken für mich? Sicher. Du weißt doch. Wenn du zahlen kannst, kriegst du bei mir alles. Alles? Ah, was weiß ich nicht. Der kann destillieren. Bestimmt. Mal sehen. So wie der Krämer. Ah. Äh. Rabatt von 5%. Na gut. Liste und Einfluss haben wir nicht auf 20. So gut bin ich auch nicht. Hm. Schade. Aber das ist ganz gut. Gib mir was von deinem Zeug. Klar! Was willst du haben? Ja, kauf mal so'n bisschen One. Krog. Oder Rezept für Fuß. Ja, das hört sich gut an. Zucker brauchst du noch mal dafür. 1. Zucker. Wir brauchen nur Zucker. Ja. Ein Fusel bringt wie viel? Was kostet der? 45. 25. Da wird man den schon 10 günstiger kriegen. Den Fusel, wenn man es selbst erstellt. Weil der Zucker kostet 30. Ja. Ja, mach mal. Also auf jeden Fall Rezept für Fusel holen und Zucker. Auf jeden Fall alles holen. Dann holen wir es nochmal. Ich sag mal was größeres. 100. 100. Groog. Wollen wir einer foundscow hier oder? Ja! Wieviel? Nicht alle 500 oder 300 Goldstücke nochmal. Handlung akzeptieren. Ja. Wollen wir noch was schwätzen oder geh? Nee, das hast du aber echt. Ah, einen Haufen Zeug. Bez他 an. was wegen dem kettel ach so wie darf man da rein ja land so gut dann bringen wir jetzt den geldbeutel wieder und sie muss gehen erst mal in den lager dann müssen wir gleich das lager ausgehen jetzt gerade mal gucken ich wollte sagen schon schluss mann aber jetzt gucken muss man reden aber das steht ja oben stadt hier liegt noch irgendwie was ich denke überlässt du besser der hase die bessere zähne so ein strahlendes lächeln ich lächle ich kann ja nicht mal lächeln warum ich kann die zehn doch nicht zusammen weil da kannst du trotzdem lächeln das hat das mit zähnen zu tun du lächelst doch mit den mit den backen ja wir suchen jetzt erst mal den fliehen und aber das machen wir im nächsten part da kann sich auch noch mal hinlegen ist ja schon früh wahrscheinlich der geist der welt so dann bis später gute nacht